mal hier und hallo liebe angesports freunde ja wie ihr seht ich bin am wasser ich bin heute noch mal forellen angeln im nachtigallental diese schöne anlage ist nicht weit weg wir waren ja das letzte mal schon hier aber an teich 5 wir wollten ja eigentlich gerne an teich 3 würde ich jetzt auch gern lieber hingehen aber ich brauche heute nicht so große forellen ich brauche vor allem so zwischen dem kilo zwischen 500 und 800 gramm da passt der teich 1 definitiv besser zu mir heute und ich habe heute auch nur einen halben tag zeit möchte gerne so zwischen fünf und zehn forellen fangen in der hoffnung dass es auch klappt und ja wir haben es jetzt früh morgens aufbauen ich gehe gleich los bezahle und dann wollen wir mal gucken ob wir die eine oder andere schöne regenbogenforelle auf die schuppen legen können ich habe heute alles dabei ich habe eine stand montage dabei boden das montage dabei meine gute dabei meine gute dabei einfach ein bisschen ausprobieren und ich würde mal sagen jetzt nicht viel quatschen bezahlen gehen und dann geht's los ans wasser also let's go perfekt bezahlt ist die grundmontage wie ihr gesehen habt liegt ich habe jetzt ungefähr 50 cm auftreibend mit powerbase banana boost habt die links von mir gelegt so dass ich rechts und geradeaus ein bisschen platz habe aber auch ein bisschen links werfen kann anfangen werde ich jetzt mit meiner gute das ist von abu gassier die riefen ist die eu die cater daran habe ich eine wenn fort 1000 von shimano eine stoff gtp typ s in 04 und anfang werde ich jetzt mit einem anton spezial in so einem lt 31 verschnitt vorne glow hinten schwarz weil es noch ein bisschen dämmerung haben voran sind noch nicht da und mal gucken ob wir jetzt schon eine überlisten können ich mach mal die ersten würfe und gucke wo die ja wo die voran stehen ob sie tief stehen oder hoch stehen das müssen wir jetzt heraus finden also los geht's so ich habe jetzt den ersten wurf gemacht und ich werde es so machen ich werde von unten anfangen mich nach oben zu angeln das heißt ich habe jetzt ausgeworfen lasse den spoon absinken und werde jetzt anfangen langsam einzukurbeln das mache ich zweimal um zu gucken ob die forellen am grund stehen dann gehe ich ein bisschen weiter höher lasse nicht komplett absinken und arbeite mich dann quasi die wasserschicht nach oben durch und werde auch probieren verschiedene spoons auszuprobieren ich bin gespannt ob das heute klappt wir werden sehen vielleicht sind sie auch sehr sehr passiv und die standmontagen sind heute eindeutig besser wir haben temperaturen jetzt gerade um die 0 grad im laufe des tages sollen die noch auf fast zehn grad hoch gehen mal schauen worauf die forellen bock haben fisch oh nein ab wieso verhaue ich denn immer den ersten fisch kann doch nicht wahr sein darauf war ich nicht vorbereitet meine herren mir sind mich die rotenringe eingefroren weil es kalt ist und ich habe ein miserabel entwurf gemacht und habe absinken lassen und ja ich habe ein bisschen gerade die ringe von eis befreit ja und habe angekurbelt und da ist der erste bis eingestiegen aber wie ich vermutet habe ganz unten auf dem grund kam der erste fisch ah verdammt egal der nächste kommt auf jeden fall ich habe jetzt auch ein bisschen meine grundmontage verschoben ich habe sie jetzt nicht mehr links von mir liegen sondern rechts richtung schongebiet somit habe ich vor mir und links die ganze bandbreite für mich alleine wo ich den abwerfen kann um zu gucken kann wo die fische sind und ja da hat man den ersten anfasser ärgerlich naja denn die nächste kommt auf jeden fall ist ja noch gar kein besatz drin das wäre auf jeden fall die erste form besatz gewesen da haben wir doch die erste sehr cool sehr schöne sehr schön forelle aber kampfstark sehr sehr cool super tolle fische richtig cool und da haben wir sie perfekt was für eine schöne größe für eine gute portions forelle sehr 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 cool geil jawohl da hat es doch mit der ersten schönen forelle geklappt schaut euch mal diese wunderbare forelle an wie makellos sie ist und richtig cool gefärbt eine schöne größe schöne räuchergröße geil also wenn ich so welche noch fangen kann so ein paar stück da bin ich ja schon echt zufrieden und alter also die forellen die flossen die sind alle super heile und gefangen auf einen orange grünen spoon habe ich noch mal gewechselt weil es doch jetzt heller geworden ist und ja vielleicht fangen wir jetzt noch eine ich bin gespannt los geht's das ist doch klasse die erste forelle ist im sack sehr schön die habe ich jetzt auch relativ weit oben gefangen der besatz ist jetzt auch rein gekommen und ja vorher war auch schon besatz drin hatte ich ja wie gesagt ein anfasser und die forelle hat jetzt relativ weit oben gebissen also die neuen forellen sind noch nicht nach ganz unten gezogen wie die anderen die hier vorher schon drin waren und ja mal gucken ob das so bleibt ob die forellen oben bleiben oder ob sie auch eine nummer herunter wandern aber das müssen wir austesten ich bin jetzt echt heiß jetzt ein bisschen bewegung im wasser und ja let's go naja jetzt jetzt hängt er um sehr schön bremsen ein bisschen zu machen weiter weiter die schlägt richtig er das ist ja krass wahnsinn richtig schöne kampf starke forellen wow klasse sehr cool jawohl da haben wir sie nice und wieder ein schönes portions größer also das ist ja schon wow echt klasse da konnten wir die nächste schöne regenbogenforelle fangen und auch wieder so ein wunderbares schönes großes exemplar also echt und vor allem auch kampf stark und wieder auf grün orange jetzt am morgen schockige farbe wenn sie ein bisschen das verhalten das beißverhalten weniger wird denn ein bisschen was auf natürliches aber echt mega cool hat geklappt mehrere bis zu bekommen und ja die ist jetzt hängen geblieben was soll ich sagen und kampf stark echt sehr 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 cool das stimmt das ist ja meiner das ist ja meiner fliegengewicht dagegen mit 28 ja jetzt haben wir eine sehr schön die nächste forelle hat sich schön eingeklinkt nachdem wir zwei drei fehlbisse hatten ist jetzt mal wieder eine hängen geblieben herrlich und auch wieder so ein schönes kampf bild das ist echt krass und eingenetzt perfekt haken ist auch schon los also kann man sehen dass sie doch sehr spitz beißen aber sie haben bock zu beißen sehr cool und da haben wir die nächste schöne forelle also diese portionsgröße die gefällt mir richtig gut die ist richtig richtig gut zum räuchern und ja die forellen sind in beißlaune richtig schöne färbung richtig goldener rosa streifen in der mitte das gefällt mir doch richtig richtig cool wir haben jetzt noch mal ein farbwechsel gemacht weil wir hatten jetzt in den zehn zügen kein fisch und jetzt hat hier gerade meine bodentastamontage ausgelöst und wollen wir mal gucken ob da ein fisch dran ist oder ein schnurrschwimmer war aber es scheint als wäre es ein schnurrschwimmer gewesen okay ist doch kein schnurrschwimmer die wandert und hauen wir mal an und hängt jawohl da haben wir noch eine auf die bodentastamontage sah erst so aus als wäre da nix dran aber hängt doch was sehr cool haben wir auf die stille montage auch noch eine gefangen ei 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 da ist sie cool gefärbt die hat richtig coole dunkle punkte rosaner streifen sehr schön und da haben wir sie im netz sehr cool ei 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 was für eine see was für eine coole forelle sehr cool ja sehr schön da hat die bodentastamontage doch eben gerade auch noch einen fisch gebracht ich hatte gerade den spoon gewechselt ein bisschen erklärt dass ich auf eine andere farbe gehen wollte und dann lief meine bodentastamontage ab und diese schöne forelle ist eingestiegen sehr cool da habe ich aus Versehen gerade die kamera ausgemacht beim biss aber ist nicht schlimm können wir es ja wieder an machen da haben wir die nächste schöne hat ein paar würfe jetzt gedauert aber wieder eine schöne kampfstarke forelle und sind große fische ja ja fast ein kilo also echt wahnsinn geil ja da konnten wir die nächste schöne regenbogenforelle fangen auch wieder so ein schönes prachtexemplar also ich kann es noch mal wiederholen die größte ist hier echt top super zum räuchern und ja auf unseren sr aspoon in blau orange ich halte gleich nochmal die kamera ja wahnsinn also ich mache weiter und ich hoffe dass wir noch so schöne große forellen kriegen können los geht's so die forellen sind alle ein bisschen weiter tiefer gezogen ja und eben gerade waren sie noch relativ weit oben an der oberfläche jetzt sind sie aber tiefer gezogen und ich habe auch noch meinen farbwechsel vollzogen ich habe von blau orange auf weiß gewechselt und da haben wir sie im kescher jawohl da konnten wir die nächste schöne regenbogenforelle fangen ich wiederhole mich super aussehen und wie man hier vorne mal sehen kann sie beißen extrem spitz hatte eben gerade nochmal ein anfasser gehabt und ja der hat drei vier mal rein gehackt und hat nicht gehangen und wie man hier vor sieht extrem spitz also sie sind zwar bei freudig aber sehr sehr spitzweisen die also man muss auf jeden fall ein bisschen was dafür tun und auch ein bisschen ackern dafür aber wenn man das hinkriegt und weiß wo ungefähr die forellen stehen dann gelingt das ganz gut also wir machen weiter und gucken mal ob wir noch eine kriegen können los geht wir probieren jetzt mal was anderes und zwar habe ich jetzt meine gummi route in der hand und habe da drauf einen mirax 50 montiert in der farbe orange mit einer 2,8 mm tungsten perle hakengröße 6 wir wollen mal probieren die forellen so ein bisschen langsamer zu beangeln ich habe das gefühl dass die forellen zwar hinterher greifen hinter dem spoon das ist aber eine zu lange oder eine zu schnelle angelei ist und mit der gummi technik können wir relativ langsam in einer konstanten mittelsäule oder in einer höhe von der wassersäule fischen und jetzt wollen wir mal gucken ob das auch klappt fünf fische haben wir jetzt schon auf unserer haben seite zehn war ja das limit und vielleicht können wir ja mit der gummi technik noch die ein oder andere schöne fang erstmal orange bisschen knallig und ja vielleicht muss ich ein bisschen bedeckt gehen wir schauen einfach mal wir probieren aus so die bodentaster montage läuft ab wir lassen ihn noch ein bisschen schlucken und hängt sehr schön ja hab ihn ja bitte ja es geht da hat die bodentaster montage doch noch ein fisch gebracht vorhin hat man einen kleinen anfasser und ja jetzt ist abgelaufen und wieder so eine schöne regenbogenforelle ein bisschen kleiner aber das macht nichts perfekt zum räuchern fisch das ist aber der ist aber sehr träge gewesen beim antwitschen hatte sich den quasi eingesammelt okay jetzt merkt sie dass sie dran ist krass ja leute und ich habe auch wieder zurück aufs buden gewechselt weil auf gummi hatte ich nur ein zwei anfasser aber die sind nicht kleben geblieben und die fische kleben auch quasi unten am grund wie ich jetzt herausgefunden habe also man muss den spoon beziehungsweise das gummi auch extrem weit absinken lassen erst dann bekommt man auch bisse und kontakte wo möchte die denn hin na die will wieder zurück in die tiefe und nicht gegen die bremse arbeiten bremse er für sich arbeiten lassen denn den fisch ranpumpen und dann kurbeln pumpen schnur aufsammeln und wieder zu sich ranziehen und jetzt hat die forelle gleich ja einmal luft gezogen dann kriegen wir sie auch gleich besser in den kescher rein aber die will noch nicht jetzt aber ist nur nicht aussteigen also diese wirklich kampf stark ich wiederhole mich da aber ihr seht es ja selber kampf stark das macht auf jeden fall laune ein fisch zu drillen und jetzt haben wir sie im kescher perfekt wieder so eine schöne große nach einer langen langen zeit konnten wir wieder eine forelle überlisten ich habe es eine wirklich lange zeit mit gummi probiert habe nur ein zwei kontakte drauf gekriegt und ja habe zurück aufs boom gewechselt auf einen anton spezial in zweieinhalb gramm und wirklich langsam wirklich bis zum grund absinken lassen und dann wirklich in zeitlupe eingeholt also diese forellen die am anfang sehr weit oben standen und man auch mit ja zweieinhalb gramm relativ weit oben fischen musste das ist nicht mehr die forellen sind jetzt tief gezogen haben sich nach unten verzogen und jetzt muss man ganz langsam und ja tief unten am grund fischen ja und so ist mir dann auch diese schöne forelle eingestiegen ich zeige jetzt gleich noch mal in der kamera ich mache jetzt aber erstmal versuche erstmal den fisch und dann zeige ihn fisch ist versorgt das war der spoon ein anton spezial vorderseite so orange grün metallik auf der rückseite ist er gold mit schwarzen partikeln roten flakes und ja das hat mir gerade noch mal ein fisch gebracht ich werde das ganze jetzt noch mal ausprobieren aber wie gesagt man muss wirklich tief sehr 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 tief fischen ich wollte ja jetzt eigentlich eher mit gummi fischen weil wir ja jetzt insgesamt schon sieben forellen haben zwei auf die bodentaster montage und fünf jetzt aufs boom und ja ich wollte eigentlich noch ein paar auf gummi fangen aber wie gesagt auf gummi habe ich wirklich nur ganz ganz kleine sanfte anfasser gekriegt werde das ganze gleich noch mal ausprobieren und hoffentlich vielleicht noch eine auf gummi fangen jetzt kommt auch so ein bisschen die sonne raus das heißt man kann gleich schön in das gewässer reingucken und dann vielleicht auch mal ein bisschen gezielt mit der gummi route die fische beziehungsweise die forellen anwerfen und vielleicht noch so eine kriegen ja aber bisher macht es schon extrem laune forellen sind kampfstark und sehen dabei sogar noch super gut aus flossen sind alle heile und die zeichnung der forelle echt top hier im nach die gallental fisch extrem langsames fischen ich habe auch noch was anderes gemacht und was ja einen anderen spoon dran gemacht damit wir extrem langsam angeln können dem ist mir ist mir noch eingefallen der spoon und den zeige ich euch gleich ich hoffe der fisch bleibt hängen ich habe nämlich auf den spoon jetzt schon drei bisse gehabt und so extrem vorsichtig also das wahnsinn wie die forelle kämpft das ist krass die will immer wieder nach unten auf den grund und das ist krass also so ein verhalten kenne ich sonst meist eigentlich nur von tiger forellen so jetzt haben wir im kescher perfekt sehr schön ja da konnten wir noch mal eine forelle überlisten aber ich muss euch sagen die forellen habe ich ja eben gerade schon gesagt stehen extrem tief unten und man muss extrem langsam fischen und mit dem spoon war ich doch einigermaßen langsam unterwegs aber doch eigentlich noch viel zu schnell und dann habe ich überlegt was habe ich denn eigentlich noch für einen köder der extrem langsam geführt werden kann und der aber eine richtig schöne rotation hat und ja guck mal leute es ist der stick gewesen drei attacken habe ich eben gerade noch gehabt die haben aber nie richtig wirklich gehangen und wenn ihr mal seht der stick hängt auch wirklich nur vorne am kleinen silbernen häutchen also extrem spitz beißen die und ich habe echt glück gehabt guckte es schon raus dass ich die gekriegt habe wahnsinn aber ich will sie euch nur präsentieren also richtig richtig schöne forelle nochmal auf einen stick und jetzt probiere ich mal noch mal ein bisschen gummi aus mache aber erst eine kleine kaffeepause bis zum nächsten Mal so ihr lieben meine angelzeit ist vorbei der halbe angel tag ist schon wieder zu ende das geht immer viel zu schnell acht wunderbare schöne fische konnten wir über listen 6 auf spoon zwei auf dem bodentaster wirklich 30 zentimeter 20 zentimeter vom grund auftreibend das bestätigt sich wieder dass die fische wirklich unten am grund geklebt haben und man wirklich auch langsam fischen musste aber nichtsdestotrotz wir konnten wunderbare schöne fische fangen die fischqualität hier an der anlage nach die gallental ist einfach bombastisch die größe ist super ich habe mal eben gerade nachgewogen die meisten haben über 800 gramm gewogen also perfekte räuchergröße also wenn ihr auch mal vor habt oder vor hattet hierher zu kommen kommt ihr her guckt euch die anlage an auf jeden fall besuch wert und für mich wird demnächst bestimmt mal an die anlage teich 3 gehen an dem mischbesatz heute lag der fokus in portionsforellen ist mir super gelungen und ja wenn euch das gefallen hat was ich hier gemacht habe drückt doch gern mal den abo button lasst ein like da schreibt unten was in die kommentare vergesst nicht die glocke zu aktivieren ja und mehr bleibt mir jetzt auch nichts mehr zu sagen wir sehen uns das nächste mal bis dann wünsche ich euch alles alles gute ciao dann wünsche ich euch alles gut